Bürger mit neuer Stadtbauplanung. Der Anfang des Monats neu gegründete Verein Aufbruch Stuttgart hat nun mit der konkreten Arbeit begonnen. Die Mitglieder wollen Pläne entwickeln, die Stuttgart attraktiver gestalten und den Kfz-Verkehr reduzieren. Auf einer Versammlung stellte der Vorstand des Vereins gestern in Stuttgart erste Diskussionsgrundlagen vor. So könnte unter anderem die Konrad-Adenauer-Straße untertunnelt werden, um das Quartier mit seinen vielen kulturellen Angeboten für Fußgänger aufzuwerten.